herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch purpose von justin bieber in der vinyl edition alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem vinyl inhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur vinyl findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung purpose von justin bieber das ganze aus dem jahr 2015 wir haben hier mal wieder eine vinyl aus dem bereich pop jawohl es ist das vierte album von justin bieber das album an sich im november 2015 erschienen und ein jahr später im april 2016 erschien dann das album auch noch in dieser picture vinyl wir haben hier eine durchsichtige hülle oben links haben wir den albumtitel und interpreten hier lesen wir justin bieber purpose includes hit singles what do you mean sorry love yourself where are you now und auf der rechten seite haben wir die erklärung zu dieser picture vinyl denn die wurde damals herausgegeben anlässlich des record store day also hier kann man es schwach aber doch hier kann es lesen am 16 april 2016 war der und da gab es zur feier des tages diese picture vinyl die ist auf 7000 stück weltweit limitiert jawohl das ganze kommt in einer durchsichtigen hülle auf der rückseite haben wir dann auch noch mal so ein silbernes siegel und darunter einen barcode so dann schauen wir mal hinein das ganze lässt sich hier öffnen einfach den sticker lösen und dann kam hier die picture vinyl entnehmen machen wir mal zur seite so auf der vorderseite auf der seite haben wir hier den guten herrn oben ohne wie mir scheint und es sieht so aus als würde er hier beten ansonsten hier nicht viel zu sehen hier unten haben wir noch label und beteiligte und eben die info dass es die a seite ist seit a lesen wir hier und auf der rückseite dann natürlich die b seite hier ein foto ein zweites foto von justin bieber in diesem fall ist er sogar bekleidet so und wo haben wir es hier genau hier lesen wir dann seit b das ganze ist erschienen über def jam recordings wir haben hier auf diesem album 13 tracks jawohl das war es auch schon wir packen die wieder zurück in die hülle diese picture vinyl hier in der durchsichtigen folie mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise dieser vinyl schreibt es in die kommentare und wenn die musik feiert falls ihr justin bieber unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf